Das bin ich. Oh ne, oder? Yeah. Ich habe jetzt Medik-Panzer-Oganji. Das heißt? Schnell und unglaublich. Ich komme zu dir. So schaue ich jetzt aus. Schau mich an. So, ihr bleibt jetzt stehen, du Spaß. Oh, krass, voll geil. Ich kann nur noch messern, aber das ist mir egal. Ja, und du hast mich gemessert. Ja, das tut dir ja nichts. Ja, wie habe ich es trotzdem gemerkt? Hört man das, oder wie? Ja, hört man das? So ein Wind. Oh, da kann man voll abstürzen. Oh! Ja, bist du abgestürzt? Na, wo war denn das Loch runter, da? Leck mich am Arsch. So, jetzt lasst mir mal ein paar Gegner über dich, weil ich muss mein Messer schleifen. So, den ersten habe ich schon gemessert. Bist du noch da? Das ist wie bei, äh, aufgeputscht mit dem, mit der Medik. Mit dem bin ich nur da. Abschuss bestätigt. Doch und bereits. Ne, du. Oh, ne, vorbei, weil du so scheiße automatisch stehst. Boah, geil, ich habe als Medik sogar einen Hund. Ha, ist das cool. Ne, wenn es so viel Messer ist, dann glaube ich, kriegst du einen Hund. Ja, aber ich dachte, das zählt nicht. Boah, da ist er erstes Opfer. Ich glaube, ihr habt da dein Opfer, äh, dein Ding nochmal, ha? Ja, ich habe es gemerkt. Abschuss bestätigt. Ach, scheiße. Bin ich gleich tot. Ich bin nur so Kind. Uh, mir geht's nicht so gut. Ich schnaufe nur noch. Ja, ich schieße ab und du tust meine Dinger einsacken oder was? Ich habe noch keinen einzigen eingesackt, der wohl nicht mehr gehört. Na, ich rede nicht von dir. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Ich habe wieder Maniac. Maniac bereit zur Lieferung. Soll ich dir eins liefern, Angie, dann kannst du das einnehmen. Echt? Ja. Aber wo bist du? Auf der anderen Seite. Nein, ich mag das nicht, weil ich kann da nur Messern. Ja, aber da bist du arschschnell. Ja, aber ich kann nur Messern. Ich kann nur Messern. Ich kann nur... Ich weiß nicht auch. Wir hast nur Messern. Nein, der. Abschuss bestätigt. Guck mal, Leider hebst du auch für später, falls ich nur mal brauche jetzt. Ich habe irgendeinen Hund von dir. Ja, meinen. Ich fordere das jetzt nochmal an. Ich habe das jetzt noch an. Vielleicht. Das ist doppelt. Ja, vielleicht kann ich mich dadurch wieder heilen. Ich werde das auf alle Fälle jetzt einnehmen. Scheiße. Ich kann es nicht einnehmen. Angie, holst du dir. Nimm es du dir. Ja, ich sehe ja nicht. Da muss ich jetzt dahinter laufen. Du musst zurück zu mir, ja. Ja, ich laufe doch schon. Nimm das. Das, was da steht. Mit F einnehmen. Ja, ich bin eine Blade. Nimm, 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 nimm. Hat einen wenig. Ich renne dir hinterher. Das ist geil. Da bin ich jetzt voll langsam. Nein, geh mal auf die Renntaste. Du bist schneller als alle anderen. Wenn er fein kommt, dann gleich Messern. Hinrennen und voll Messern. Der kann zwar auf dich schießen, aber genau, verfolgt den. Mach den fertig. Jawoll. Ich habe das voll auf Aufnahmehandschen. Geil, ich bin voll der Masse. Ich renne dir nur hinterher. Bring ihn um. Ist das cool. Weil ich bin ja fast tot. Hey, hol mal einen Hund, David. Ja, komm, renn weiter. Wie ist der Köter? Jetzt haben wir... Hey, wir haben jetzt lauter Hunde. Obwohl die... Bleib bei mir. Wie du da umeinander rennst. Wieso irre, gell? Ja, ich kann dir ja hinterher rennen. Ich bin ja auch Mänik. Kennst du mir noch hinterher? Ja? Ja, klar. Wenn nicht ich wäre dann... Bring ihn um. Ich bring den anderen um. Abschluss bestätigt. Ist ein volles Team. Ich bin aufgestieg. Warte, ich muss kurz durchlaufen. Das geht nicht. Das heilt nicht mehr. Ich bin auch fast tot. Der heilt nicht mehr, Angie. Das ist der einzige Nachteil. Was an zwei? Ich schnapp mal den unteren durch den Oberfluss. Ja, ich bin in den Keller runtergefallen. Ich habe dich aus den Augen verloren. Aber ich komme wieder hoch. Okay? Ja, ja. Weißt du siehst mich hier auf der... Ich komme gerade die Treppen hoch. Ich bin ja unten im Keller, glaube ich. Na. Bist du da? Kommen die Treppen hoch? Ach so. Ich finde dich nicht mehr. Aber wenn da ein Gegner kommt, musst du voll schon noch Messern. Ja, das mache ich schon. Das mache ich schon. Voll so locker. David, chill dich. Ich komme jetzt. Ich bin bei dir in der Nähe. Hallo? Du musst dann eins weiter oben. Du musst jetzt eigentlich neben mir stehen. Der muss hoch. Ich bin fast ganz oben. Das geht nicht. Ja, warte. Ich komme Treppen hoch. Bleib da, wo du bist. Und schau, wenn ein Feind kommt aus dem Messer. Ja, ich sag aber nichts mehr. Da. Servus. Schau, wie du rennst. Du rennst beim Leben, Alter. Ist doch lustig. Da sind ein paar Gegner rechts auch, die ignorieren wir mal. Wir rennen jetzt einfach woanders zu. Ja, aber ich sag ja keine Gegner. Ich bin fast tot, Angie. Ja, fast. Wenn mich jetzt einer noch ein bisschen ankratzt, der muss mich nur noch schubsen. Da bin ich um. Ja, ja. Juhu. Aber das ist mein Wert. Hey, spring mal das Rappen runter mit Anlauf. Welcher? Dira. Dira zum Beispiel mit Anlauf. Von oben und jetzt runter springen. Angie zurück. Warte. Und dann springen dann. Und wie schaut das aus? Ja, fenomenal, weil du fliegst richtig. Echt? Ich möchte das bei dir auch mal sehen. Ja, warte. Wir gehen mal auf die Treppen. Hey, mein Hund ist tot. Siehst du mich? Ja, ich spring. Ja. Oh, krass. Die Jumps wir aufeinander. Wo bist du? Ich muss jetzt Leute töten. Ja, warte. Du wirst zu schnell. Ja, komm, gib Gas. Rende nur ins Heer. Ich geb dir Deckung, falls du einen vergisst. Ich finde, komm mir irgendwie. Wir sind alle ausgestorben. Die haben alle keine Lust mehr mit uns. Sehr gut. Ja, weiter. Nicht stehen bleiben. Genau, wir wollen gewinnen. Wo bist denn du hin? Ich bin irgendwie runtergefallen. Keine Ahnung. Mein Hund ist jetzt tot. Messern, messern. Alles, was im Wege ist, messern. Scheiße, jetzt hat er mich umbraucht. Wir haben gewonnen. Weil ich hab noch den... Jetzt hat er mich umbraucht. Hey, das muss ich heute gleich hochladen. Das ist ja brutal. Hey, ich hab sechs Tote und 16 Treffer und 16 Esses. Ich bin gar nicht gestorben. Schau, da bist du gerade gemessert worden. Ja, schau, ich bin umgefallen. Ich hab ihn gemessert, aber zu früh. Und dann hast du erschossen. Ja, dann war aus. Ich hab null Tote. Schau, ich hab 16. Ich bin voll gut. Ja, mit meinem Ding. Aber das ist geil, das will ich immer machen.